Neue Woche, neues Glück. Willkommen zurück hier im Challenge Rift Nummer 6. Sechs Wochen ist es schon her, dass der Eddon draußen ist. Respekt. Wir spielen heute mit dem Hexen-Doktor, mit dabei natürlich wieder Kuriyami. Servus. Ja, Hexen-Doktor mit Pet-Bild. Hier habt ihr mal kurz das Holz... Ne, Holz... Oh, ne, Hölzahn-Hanisch. Was für ein doofes Wort. Ja, Hölzahn-Set. Hölzahn-Set ist ganz lustig vielleicht. Ich habe noch nie Hexen-Doktor gespielt, wird eine Herausforderung für mich. Gehen wir aber hin. Ja, würde ich sagen, hau mal rein. Hau mal rein, gehen wir los. Fünf Minuten und fünf. Ah, alles drücken. So, bam, kaputt. Weiter geht's. Äh, Cooldowns. Ja, du hast massive Cooldowns. Alter. Ich weiß nicht, wo diese grüne Explosion herkommt. Das... Haben wir Explosion? Da unten. Irgendwas tickt doch bei uns. Ah, das ist... Ah, die... Ah, wir haben nicht in den Cube geguckt. Das ist die Cube-Waffe. Ah, GG. Die sind auch dämlich. Was sind blaue Gegner oder gelbe Gegner? Na, wir haben alles drücken. Ich habe echt Zeit, nämlich Diablo-Spiel ganz in den letzten fünf Jahren nicht einmal Hexen-Doktor gespielt, ey. Oh, wenn man es nicht... macht. Naja, auch falsch gelaufen. Wir sind hinter der Zeit. Nein! Na gut, weil... Der Rift ist auch irgendwie sehr schlecht besucht. P-P-P-P-Pylon. Blitz-Pylon. Ah, dann holen wir uns doch. Wir haben sogar die Armschienen, die einen neuen gelben Mob rufen. Ja, hier alles einsammeln. Alles einsammeln. Ich laufe mehr rüber. Ah, toll. Sackgasse. Das ist nicht so schön. Aber wir sind wieder vor der Zeit und es ist gut. Ja, komischerweise aber nicht sehr weit. Nein. Was mir übrigens letztens aufgefallen ist, es ist ja schön, dass man auch die Herausforderungsbelohnung im Season-Modus bekommt. Die ganzen Teile. Echt nice. Ja, das hat was. Also, man kann die Kisten nachher nach Belieben öffnen. Je nachdem, wo man es haben möchte. Ja klar, da wo du sie halt aufmachst. Ja. Das ist natürlich echt nice. Aber wo das unten keine Sackgasse ist. Ich muss sagen, das hier gefällt mir doch weitaus besser als Bounties machen. Ja gut, das ist... Wie viel kriegt man nochmal? Acht oder sechzehn? Ja, sieben oder so. Sieben, acht, glaube ich. Teile, du machst auf Qual 13 natürlich Bounties. Das gibt natürlich 20 Stück, ne? Ja gut, klar. Aber da musst du dann halt durchrushen. Ja. Und du musst den vierfachen Schaden erstmal machen, wenn du es in der öffentlichen Gruppe machen willst, ne? Also ist auch nicht so einfach. Ja. Das ist meistens immer mein Verlust daran, weil alleine kein Problem. Zu zweit geht auch noch. Drei, vier wird dann schon meistens knifflig. Ah, ich hab's die Woche gemacht. Du bist immer nur durch den Witz-Equip. War richtig easy, muss ich sagen. Ja gut, ich hab ja jetzt in letzter Zeit relativ wenig Diablo gespielt. Ja, du suchtest. Ich bin eher am WoW-Zocken. Das stimmt. Noch einer. Da kam gar keiner raus. Na, dann war das vorher einfach eine gelbe Gruppe, die daneben stand. Ja, durchaus. Das wird aber knapp in den fünf Minuten. Ich fragte mich, wie wir das in zweieinhalb geschafft haben. Mit so einem doofen Rift hier. Da gibt es eine blaue Gruppe. Der tornado gefällt mir. Da macht wenigstens damage. Ah, sehr schön. Sachen, die ich mir anschaffen muss. Ein Schild, wo draufsteht. Bitte nicht in mein Zimmer kommen. Nein, so ein YouTube-Button, der leuchtet. Aufnahme läuft. So ein On-Air-Schild über meiner Tür. Ja, genau. Was du vom Schreibtisch mit so einem Knopf dienen kannst. So ein Kippschalter, weißt du? Mein roter Knopf, ne? Ja, genau. Und daneben ist auch ein kleines Schild mit live. Oder nicht live? Ja, etwas. Das wird knapp. Ja, ja, ziehen wir mal ein bisschen. Ah, gelbe Gruppe. Was soll man denn ziehen? Ich habe keine Cooldowns oder so. Das ist voll Bullshitte. Ja, das ist kacke. Ich mag X-Doc auch nicht. Das ist gar nicht das Problem. Es ist eher das, dass du nichts tun kannst. Ja, weil du schmeißt eine Fähigkeit raus und dann war's das. Hier ist wieder eine Gruppe. Ja, und dann stellst du dich in die Gegner rein und hoffst, dass sie explodieren. Genau, so sieht es aus. Wir haben es ja gleich. Wir haben es ja gleich. Komm, explodier. Boom, boom. Ach, boom. Dann macht es aber nur manchmal extrem viel Schade. Ja, ich verstehe es auch nicht. So, da, 10 Sekunden. Das können wir vergessen. Ja, vielleicht mit unseren Pads. 4, 3, 2 Sekunden. Milded. Yeah. Da, 5 Minuten. Und 900. Keine Glanzleistung. Keine Glanzleistung. Ja, das war weniger. Schauen wir mal. Bestenliste bezweifle ich spontan. Ja, über eine Minute zu langsam. Bestenliste. Wir gucken auch mal kurz rein. 2 Jahre. Oh, 4 Minuten hätten wir knacken müssen. Äh. Ja. Wobei, ich muss sagen, auf der dritten Ebene, wo wir gerade waren, waren sehr viele Gegner. Also, wenn du das mal durchläufst. Ja, das ist richtig. Da waren sehr viele. Die erste musste auslassen, da war Schrott. Aber du musst den Weg kennen von der ersten. Naja. Das war Challenge Rift Nummer 6. Ja. Wolltest du noch was sagen, Max? Nein. Gut. Du kannst abmoderieren. Dann moderiere ich ab. Das war Challenge Rift Nummer 6. Bis nächste Woche. Lasst ein Abo da. Wird uns freuen. Daumen hoch. Oder irgendeinen doofen Kommentar, den wir beantworten können. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020